Hallo YouTube, willkommen zu einem Video zum Transformator. In dem Video zur Spule hatten wir gesehen, dass wenn man einen Strom durch eine Spule fließen lässt, dass dort ein Magnetfeld induziert wird. Wir hatten weiter gesehen, in dem Video zur Induktion, dass ein veränderliches Magnetfeld bei einer konstanten Fläche eine Spannung induziert. Und diese Spannung kann zum Beispiel in einem anderen Objekt, wie zum Beispiel in einer Spule, dann auch einen Strom verursachen. Das heißt, durch eine Spule können wir ein Magnetfeld verursachen, das in der Spule dann wieder eine Spannung bzw. einen Strom induziert. Und das hatten wir dann benutzt, zum Beispiel im Schwingkreis oder bei der Aufladung einer Spule, um dann dort eine Aufladekurve oder eine Schwingung zu erzeugen. Und das war alles wunderschön. Das war aber alles immer Interaktion mit der gleichen Spule. Das heißt, eine Art von Selbstinduktion. Heute wollen wir uns mal anschauen, was passiert, wenn das Magnetfeld nicht durch die gleiche Spule, sondern zumindest teilweise durch eine andere Spule läuft. Dann wird auch teilweise in dieser anderen Spule zuerst mal eine Spannung und dadurch ein Strom induziert. Und das benutzt man zum Beispiel in der Idee vom Transformator. Ein anderes Anwendungsbeispiel davon ist die elektronische Aufladung eures Handys über größere Distanzen. Das heißt, wenn ihr nicht direkt ein Ladekabel reinsteckt, sondern ihr habt diese drahtlose Handyaufladung, dann läuft das meistens über eine Spule, die in eurem Handy drin ist, eine Spule, die in diesem Ladeding drin ist. Und dann legt ihr euer Handy sozusagen da drauf. Das Magnetfeld von dem Ladeding geht durch euer Handy oder den kleinen Spulenkreislauf in eurem Handy und induziert dort also die Aufladung eures Akkus. Ein Transformator wird aber auf ganz, ganz, ganz viele Art und Weise benutzt. Eine Möglichkeit hier vorne ist ein wirklicher Transformator. Das heißt, wir haben, ich habe euch einfach mal aufgemalt hier vorne, wir haben eine Spulenschleife hier in hellgrün, eine Spulenschleife in dunkelgrün und diese beiden haben hier vorne den gleichen Mittelteil. Das heißt, das Magnetfeld, was durch den einen durchgeht, geht auf jeden Fall auch durch andere durch. Und sowas würde man eher auf heutigen Chip sehen, auch wenn es heutzutage noch besser designt werden kann, als ich es hier aufgemalt habe. Okay, die grundsätzliche D ist aber immer wieder die gleiche. Wir induzieren eine Spannung in dieser Spule 2, indem wir das Magnetfeld verändern oder den Magnetfluss durch diese Spule 2. Und der Magnetfluss durch die Spule 2 ist ohne Verluste hier einfach gegeben über das magnetische Feld, das durch die Spule 1 verursacht wird, mal die Fläche der Spule 2. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass im Normalfall dieser Teil hier vorne etwas verringert wird durch Verluste, die irgendwelche Leckströme und so weiter sind. Aber den Teil ignorieren wir jetzt gerade mal einfach und dann ist diese Formel ziemlich akkurat. Wir haben einfach den Teil des Magnetfeldes 1, der durch Fläche 2 läuft, haben wir als magnetischen Fluss in der Fläche 2, leiten die zeitlich ab, um unsere Induktionsspannung zu kriegen. Und wenn wir mehrere Windungen haben in der zweiten Spule, kriegen wir hier vorne eine Anzahl der Windungen in Spule 2. Wie groß ist das Magnetfeld, das durch diese Spule 1 verursacht wird? Naja, hier vorne hatten wir schon einmal kurz hergeleitet, auf eine relativ einfache Art und Weise, wie das Magnetfeld einer Spule zusammenhängt mit dem Strom der Spule und der Länge der Spule und der Anzahl der Windungen der Spule. Und die Formel war relativ einfach. Es ist proportional zum Strom, je mehr Strom, je mehr Magnetfeld, macht vollkommen Sinn. Dann ist es geteilt durch die Länge, das heißt, wenn wir eine sehr lange Spule haben, ist das Magnetfeld relativ klein, weil wir hier vorne nochmal mit den Anzahl der Windungen multiplizieren, das heißt, kürze ich teilweise weg. Okay, das heißt, das ist das Magnetfeld, was wir erzeugen können durch einen beliebten Strom. Und das heißt, wenn wir das hier oben einsetzen, einfach mal, und wir nehmen mal an, dass die Fläche hier vorne, die A2, einfach irgendeine konstante Fläche ist, wie es bei Spulen normalerweise ist, dann erhalten wir hier vorne die induzierte Spannung in der zweiten Spule, ist einfach gegeben über die Anzahl der ersten Windungen, die Anzahl der zweiten Windungen durch hier vorne die Länge der ersten Spule, mal c², mal die Fläche der zweiten Spule und dann die zeitliche Ableitung des ersten Stromes, der ersten Spule. Und wir hatten das schon mal sehr ähnlich gesehen, wenn wir über Induktion gesprochen hatten. Dort hatten wir dann so ein L eingeführt, ein Minus L, um genauer zu sein. Und das war eigentlich genau das Gleiche, nur dass man dann 1 gleich 2 setzt. In diesem Fall haben wir aber eine Induktion von einer Spule 1 auf eine Spule 2, das heißt, es ist keine Selbstinduktion mehr. Aber auch hier gilt wieder die gleiche Regel wie bei der Induktion oder Selbstinduktion, dass nur die Veränderung bzw. ein Wechselstrom eine solche Spannung induzieren kann. Das heißt, wenn wir einen Transformator aufbauen wollen, müssen wir diesen Transformator auf Wechselstrom laufen lassen. Und da man heutzutage alle möglichen Teile mit Gleichströmen laufen lässt, muss man entweder ein Gleichstrom-Wechselstrom-Richter einbauen oder Wechselstrom-Gleichstrom-Richter einbauen oder man muss das Ganze etwas anders lösen. Und dafür gibt es auch Möglichkeiten, die wir aber wahrscheinlich in unseren Videos, die gehen etwas zu weit. Also werden wir sie in unseren Videos wahrscheinlich nicht besprechen. Was wir aber besprechen können, ist, wie ich es euch gesagt habe hier vorne, wir haben jetzt eine induzierte Spannung in der Spule 2 durch den Strom der Spule 1, was aber natürlich auch heißt, dass wir jetzt komplett symmetrisch umdrehen können. Was passiert, wenn wir einen Strom in der Spule 2 haben? Dann induziert der natürlich auch in der Spule 1 irgendeine Spannung. Und wir sehen, das ist ein gekoppeltes System zwischen den beiden Spulen hier vorne. Das heißt, zwischen die Spule 1, wenn dort ein Strom läuft, induziert der in Spule 2 eine Spannung. Die Spannung induziert dort einen Strom. Der Strom in Spule 2, wenn der zeitlich veränderlich ist, induziert er auch wieder in Spule 1 eine Spannung. Das heißt, hier gibt es ein Hin und Her dieser beiden gekoppelten Teile, jeweils am unterschiedlichen Rande des Transformators. Verbessert wird diese ganze Kopplung durch den Magnetleiter. Das heißt, wenn wir das Magnetfeld nicht irgendwo einfach verlieren lassen, sondern vollkommen durch die andere Spule laufen lassen, dann ist das besonders gut für einen solchen Transformator. Das heißt, der Transformator ist oft basiert auf einem leitenden Kern, wie zum Beispiel Eisen. Und das kann dann zum Beispiel so aussehen. Wir haben dann hier vorne links eine Spule, rechts eine Spule. Und das Magnetfeld wird sozusagen von diesem Eisen geleitet, weil es besonders leicht durchs Eisen durch kann und besonders schwer nur durch die Luft oder Vakuum oder sonst wo durch kann. Und wie ich es euch versprochen habe, die induzierte Spannung in dem zweiten System kann ein Strom induzieren im zweiten System. Und dort haben wir dann eine Differenzialgleichung, die direkt den Strom 2 in den Strom 1 übersetzt. Dabei gilt nicht nur, dass der Strom zeitlich versetzt ist, was eine sehr interessante Sache für Transformatoren ist, die aber oftmals nicht ganz so wichtig ist. Was oftmals wichtiger ist, ist, dass die Stärke dieses Stroms verändert wurde, weil wir hier vorne einen seltsamen Faktor dazwischen haben, der etwas zu tun hat mit den Windungszahlen der einzelnen Spulen, mit der Induktivität der Spule und mit dem Widerstand. In der Theorie wäre das Ganze relativ schwierig auszurechnen, aber wir können ein vereinfachtes Modell machen, in dem der magnetische Fluss der gleiche bei beiden Spulen ist. Dann gelten nämlich ziemlich interessante Sachen. Da die induzierte Spannung einfach direkt proportional ist zum magnetischen Fluss, mit einem Proportionalitätsfaktor, der genau die Anzahl der Spulen ist in einer solchen Spule, oder der Anzahl der Wicklungen in einer solchen Spule, sollte ich sagen, können wir einfach ausdrücken, dass die induzierte Spannung 1 durch die induzierte Spannung 2 einfach gegeben ist über die Anzahl der Wicklungen in Spule 1 durch die Anzahl der Wicklungen in Spule 2. Also ein ganz einfaches Verhältnis. Wenn wir dann noch die Energieerhaltung benutzen und sagen, dass die zeitliche Änderung der Energie gegeben ist durch die Leistung in der Spule 1 minus Leistung in der Spule 2, die dann 0 sein muss, können wir auch noch feststellen, dass die Leistung in den jeweiligen Spulen die gleichen sein muss und da hier vorne die Spannungen auftreten, die in einem bestimmten Verhältnis sind und die Ströme, müssen die Ströme auch in irgendeinem bestimmten Verhältnis sein. Und dann sehen wir, dass wir hier vorne eine Induktionsformel kriegen, auch für die Ströme und wir erhalten dann unsere Gesamtformel und die Gesamtformel sieht folgendermaßen aus. Das Verhältnis von Spannungen ist gegeben über das inverse Verhältnis von den Strömen und das ist gegeben von dem Verhältnis der Windungszahlen. Das heißt, wir könnten unsere Spannung hoch oder runter transformieren, je nachdem, wie wir dieses Verhältnis der beiden Windungszahlen designen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in N1 sehr viele Windungen bauen, in N2 ganz wenige, dann wird die Spannung in N1 sehr viel größer sein, als in der zweiten Spule. Es gibt noch eine interessante Idee, die man mit einem solchen Transformationsgesetz machen kann. Und zwar, man kann sich auch den Wechselstromwiderstand anschauen, den ein Objekt, was nur über einen Transmormator gekoppelt ist, dann theoretisch ersetzen könnte. Das heißt, wir wollen einen Wechselstromwiderstand Z, der durch einen Transmormator gekoppelt ist, ersetzen durch einen Wechselstromwiderstand Z' wie eine Schallbildersetzung als Modell. Und das können wir machen, indem wir dann einfach teilen, die Spannung durch den Strom. Naja, und wir können diese Spannung und den Strom jeweils ausdrücken durch die Spannung und den Strom im Primärkreislauf. Und dadurch können wir dann ausrechnen, wie der Z' hier vorne, wie der ersetzte Z, der ersetzte Wechselstromwiderstand, zusammenhängt mit dem originalen Wechselstromwiderstand. Und das Verhältnis ist einfach das Verhältnis der beiden Windungszahlen zum Quadrat. Das expandierte Transformationsgesetz sagt also nicht nur was über die Spannung aus, die invers-proportional zu den Strömen sind, die dann proportional sind zu den Verhältnissen der Windungszahlen, sondern auch über dieses Ersatzschaltbild, wo wir einen echten Wechselstromwiderstand Z durch einen Scheinwechselstromwiderstand Z' ersetzen. Warum braucht man also Transformation? Naja, Transformatoren helfen uns bei der Auf- und Abtransformation von Spannung, wie wir gerade gesehen haben. Und das kann viele hinreichende Wirkungen haben, zum Beispiel auch das Energiesparen und die Sicherheit. Das heißt, wir wollen zum einen im Haushalt keine 10 Milliarden Volt haben, denn das wäre ziemlich unsicher, wegen einer sogenannten Durchschlagsspannung. Das heißt, Spannung kann auch manchmal durch die Luft springen und das wäre ziemlich unsicher, wenn wir so viel Spannung überall hätten. Das heißt, hier vorne wollen wir in Häusern die Spannung relativ niedrig haben. Aber es stellt sich raus, dass mit einer hohen Spannung auch ein geringerer Ohmscher Verlust einhergeht. Das heißt, zum Energiesparen wollen wir gerne die Spannung sehr hoch haben. Deswegen gibt es diese ganzen Hochspannungsleitungen. Das heißt, wir wollen zwischen dem kleinen Spannung im Haushalt und den hohen Spannung draußen umschalten können und das können wir dann durch einen Transformator. Wofür wir das auch benutzen können, ist zum Beispiel, um Hochspannung generell zu erzeugen, wie zum Beispiel für eine Tesla-Spule oder um einen Starkstrom zu erzeugen, wie zum Beispiel beim Schweißen. Natürlich gibt es Milliarden andere Anwendungsbereiche, aber das sind so die größten. Natürlich gibt es auch einige Probleme dieser Technologie, zum Beispiel Wirbel und Leckströme. Das heißt, wenn das Magnetfeld nicht komplett durch das andere Magnetfeld läuft, dann haben wir ein Problem. Oder wenn in einem solchen... Das wäre der Leckström. Und wenn wir in einem solchen Leiter hier vorne, in diesem Magnetkern hier vorne, den einfach so einbauen würden, ohne irgendetwas Besonderes damit zu machen, würden wir durch das Magnetfeld auch in diesem Leiter hier vorne einen Strom induzieren. Das ist natürlich auch einfach ein ganz normaler Leiter. Das heißt, auch dort würde ein Strom induziert werden oder eine Entspannung und die erzeugt einen Strom. Das heißt, wir würden hier Wirbelströme erzeugen. Die wollen wir aber nicht haben, weil das sind einfach Ströme in diesem Eisenkern. Das wollen wir natürlich nicht. Der soll ja nur das Magnetfeld leiten. Das heißt, was wir dort machen, ist dann, wir nehmen mehrere Transformatorbleche, schweißen die alle aneinander, aber mit einem kleinen, nicht leitenden Schicht dazwischen sozusagen, so dass das Magnetfeld zwar immer noch geleitet werden kann, aber in jedem Einzelnen dieser Bleche ist die Chance, dass wir einen solchen Wirbelstrom erzeugen, deutlich geringer. Was wir natürlich auch noch als großes Problem haben, ist, dass wir mit nur Wechselströme erstellen können und dort kann man dann einen sogenannten Gleichrichter benutzen, zu dem wir auch, glaube ich, irgendwann nochmal kommen werden. Apropos zu Gleichrichtern kommen werden, was wir in den nächsten Videos auch besprechen werden, sind Transistoren und Ionen und ich freue mich schon, mit euch diese interessanten Themen zu besprechen. Bis dahin wünsche ich euch auch noch viel Spaß. Tschüss.